Auf eure Verantwortung! Also ich hab ne Fackel dabei. Das kann ja keiner wissen, dass man hier Waffen gestellt kriegt. Das ist ganz schön lame, dieses Spiel. Das haben wir aber vorher gesagt, Alibi und ich. Da kann so ein Arc-Profi wie ich sich nicht zufrieden geben damit. Der Zugang ist offen. Der Zugang ist offen. Rein da in die Olga. Was? Toll, die sind trotzdem One-Hot, wollte ich grad sagen. One-Hot, nein. Die sind One-Hot. Wenn man in die Hitbox erwischt. Toll, ich treff die nicht, Alter. Die sind schon gemein da. Oh, die ist geplatzt wie so ein... Sag mal, die ist unfuckable, jetzt haben wir's. Ich wollte doch noch gar keine Waffe wechseln. Als ob der nicht getroffen war, jetzt. Hä? Hitbox ist da, Leute. Guck mal, Hitbox ist da. Oh, jetzt muss ich mich zweimal treffen. Hä? Hey, Großer, chill mal. Ich brauch mal was zum Pieken. Zum Pieken. Ich auch. Die Hitbox ist halt echt nicht so geil. Also, ich kann besser mit der Lanze. Ach, so wieder, Feige. Überhaupt nicht meine Welt. Aber zweimal treffen geht immer noch klar mit so vielen Leuten. Findest du? Wie schwer ist dann dann schwer? Naja, du sitzt ja eigentlich auch nur in der Mitte und machst nichts. Doch, schnitt. Das ist so Aim-Training, der Aim-Training-Simulator ist das. Was ist denn hier? Hier schwebt es. Hallo, Nadine. Wattest du mit Olga? Marvin, Junge, 22 Monate. Silvan, jetzt siehst du es nochmal besser, siehst du? Ich find das viel cooler so. Das nervt mich, das ist nicht so im Bild, wenn man irgendwas spielt. Anja, hast du Stream-Offen? Was sagst du? Sieht super aus. Die geile Sau ist bereits in 22. Monat. Wie sie es vorliest. Marvin, die geile Sau. Hier kommen sie. Vielen, vielen Dank, Diggi. Eigentlich musst du noch eine Stimme kriegen. Achso, Wache, Wache. Oh, oh. Oh mein Gott. Alles ist besser. Ich bin Marvin, mein Hype in den Chat. Hype. 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 Ich musste, ich musste das auch ändern. Ich musste zum Beispiel, Don't let me down, diesen, diesen Alert musste ich rausnehmen. Das hat mir die ganze Zeit die YouTube-Videos immer halb gesperrt. Weil das irgendwie Copyright-Kacke war. Obwohl es als nicht Copyright gelistet war. Die Spielverderber. Wo? Okay. Da war ich. Eine Schlange! Das ist eigentlich echt nur Beschäftigungstherapie. So ein bisschen. Hype. Ich bin da in die Schlafen. Wie jetzt? Au, Schlange! Oh, was? Der hat mir die Handschuhe ausgezogen. Lass sie da liegen! Bin ich der Einzige, der jetzt schießt? Sag mal, was? Also meine Seite ist clear. Und ihr so? Viel besser. Ah, das war Tier 2 sogar. Alter, Marvin, Junge! Dankeschön. Woll mal, ich brauch mal hier meine neue Handschuhe. Komm, wir plündern ihn. Mach ihn nackig. Ich bin der Erste, der hier stirbt. Ich bin der Kauter von einem. Blackmark meint viel besser. Was sagen denn die anderen im Chat so? Schreibt mal in den Chat. Aber was denn da? Na, die neue Alert-Anzeige. Also bei Follows, Subs und so. Ich finde das irgendwie besser. Noch mehr. Und sie kommen schnell näher. Und sie kommen schnell näher. Ein Dodo, ein gefährlicher. Oh nein. Oh, hilf mal. Jahre später, ja, Mann. Bis der angekommen ist. Wer schmeißt denn hier schon wieder? Das kann doch, das kann ja nur der Hobbit sein, oder? Oh, verdammt. Oh, hilf, kaputt. Natürlich ist das Hobbit. Ich bin Ruhe ausgezogen. Ich glaube, ich sage. Ich werde nicht tot, immer. Der läuft einfach an mir vorbei. Ja, aber das sind... Ich wechsle hier ständig die Waffen. Ich will das gar nicht. Halt, stopp. Halt, stopp. Doppelheimer. Was ist denn hier los? Warte, die. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist besser. Oh, super. Ich wollte doch gar nicht wechseln. Jetzt bin ich wieder in diesen blöden... Oh, Armbrust. Armbrust schießt halt so langsam. Na gut, aber Armbrust macht One-Hit, wa? Oder auch nicht. Toll, du machst trotzdem zwei Hits. Ist das ja dumm. Wo ist denn jetzt der Bogen hier? Da. Ich laufe immer irgendwie durch die scheiß... ...dings durch. Guck mal, der steht... Der Dodo steht einen Meter vor mir und schnappt sie in die Luft, Alter. Genau deswegen sind die ausgestorben. Weswegen? Na, weil die... Weil der einen Meter vor mir steht und in die Luft schnappt. Ja, weiß ich doch, McMark. Aber MC ist halt cooler, dicker. Vermisst die Harley? Ja, ich... Jetzt muss mal jemanden reinbitzen. Mach mal einer 50 Bits oder so. Ihh, der Chris Play, der bettelt schon wieder um Geld. Hä, guck mal, Jenny, jetzt... Du hast doch Gäste und, Alter, was ist da los? Verstehe ich nicht. Wieso brenne ich denn eigentlich schon wieder? Wo ist der Flamme? Aber ist ein bisschen leise, wie es vorliest, oder? Jenny, viel, viel Dank. Warte, du kriegst gleich noch ne... ne Voice. Was kriegst du denn mal? Hier, du kriegst den Würfel. Jenny! Ich bin gleich doch. Warum? Danke. Ich seh nichts hier, ich brenne die ganze Zeit. Hier schießt doch auf mich, oder? Habt ihr heimlich euch abgesprochen, oder was? Schießt auch, grün. Ah, ich bin grün! Grün! Ich glaub, für cool bin ich zu alt. Für cool ist man nie zu alt. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Also 19. Was? 19? 19. Ich wär auch gern nochmal genau 19 tatsächlich, mit der Erfahrung von heute. Warte, das ist aber wohl nicht besser. Was? Was hat er hier wacht? Braucht jemand Feuer? Raucht eigentlich einer? Ich hab hier gerade Feuer. Was denn den Flammenwerfer her? Ich find den nirgendwo. Der bescheid ist. Du musst ja auch mal aus der Mitte raus. Was? Ja, hab ich schon gesehen, Diro. Dieser Zugang, er öffnet sich. Er öffnet sich. Oh, da, Brutmutter. Rettet mich. Ui. Digga, die hält aber ganz schön was aus jetzt, du. Rettet aber gefährlich. Gut, Rache auch, ey. Riech, schweblich. Ah, die zieht mich komplett aus, Alter. Okay. Hilfe! Oh Gott, ich sterbe! Oh Gott, ich sterbe! Toll, jetzt gibt's mir hier eine andere Waffe. Will ich gar nicht. Oh, Granaten! Au! Oh, ich häng fest! Ach, man kann auch ins Wasser, Leute. Ja, aber ich lauf gerade drüber. Geht mal lieber an den Rand. In der Mitte ist zu heavy. Oh, hier kommt Drachen. Hier kommt alles. Yo. Oh, oh. Hallo. Aber der gute Loot. Ja, der gute Loot. Meine ganzen Sachen. Der gute Loot. Der gute Loot. Na, das holen wir uns doch jetzt wieder. Wir sind doch nicht dumm. Wo ist der Horst? Ey, wie war das gerade? Das ist doch viel zu einfach. Oh, viel zu einfach, Leute. Ja, Mann. Eigentlich, da bringst du meine Sachen hin. Ja, hier. Super. Mann, das war hart. Hey, ich nehme mir jetzt hier einen Fallschirm. Haben wir irgendwo noch Fallschirme? Ja, ich habe den Inventar. Muss wirklich mit dem Dach aufgeben. Hey, hey. Es kommt keiner mehr da. Haben wir nirgendwo Fallschirme? Da schleift's. Na, toll. Oh. Oh, wie ist welche hier? Fallschirmen und dann hinsprinten und dann holen. So einfach. Ich würde sagen, dann machen wir auch die nächste Mission. Einfach reicht. 62 Mal geht's erstmal. Einfach rein. Was haben wir denn hier? Was brauchen wir denn? Was haben wir denn? Fasern, Stroh, Tierhaut. Stroh? Warte, hier. Fasern. Die ist auch. 62 Stück. Wat? Mir reicht einer. Okay, wir machen lieber zwei. Was? Er lässt sich aus. Er ist, wo ist es? Jo, Jenny, mach's gut. Viel Spaß. Und jetzt wieder hinsprinten, da. Wart's denn? Ja, so. Kampf im Sumpf. Funktion verfolgen. So, wollen wir zusammen gehen oder geht ihr da alleine? Nee, zusammen. Ich find das nicht. Einfach die Mission markieren. Also warten. Was ist denn hier für ein Tor jetzt? Was ist denn hier los? Hobbit? Hobbit baut gleich wieder. Hallo Sanyu, willkommen im Stream. Was denn jetzt hier? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Oder was? Oder wie? Bin da. Lass mich mal ruhig. Ich will diesen Mal kurz hier eine kleine Waffe bauen. Ach Quark, ich renne da nackig. Oh ja, gleich sehen wir. RIP. Obwohl, die war kaputt, die Rüstung. Das wäre ein bisschen dumm. Nee, lass dich. Also, meins kannst du liegen lassen. Okay. Haben wir noch was im Schrank eigentlich, bevor wir immer fünfmal neu craften, jo? Craften? Wie fackeln hast denn du mich? Wer ich? Töppi. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum man so viel Fackeln mit nimmt. Och nee, jetzt habe ich die ganze Scheiße, die ihr weggeschmissen habt, aufgehoben. Bombard. Ja, und das falsche auch noch. Das finde ich nicht lustig. Wer lacht, macht Cybermobbing. Cybermobbing. Ich weiß noch mehr hin. Was habt ihr denn alles für Scheiße da? Fast alles. Nur die Fackeln nicht. Nee, die kannst du fliegen lassen. Sehr cool. Alles in der Nähe aufheben. Ich will nichts aufheben. Ich will an die Scheiß Werkwagen. Du musst ja nicht vor die Werkwagen schweißen. Hau ab mit der Scheiße. Hebt mal einer. Mach mal einer F. Hüpp. Kopf ins Inventar. SpongeBob Froschkopf. So, jetzt hole ich erst noch mein Zeug wieder. Wenn ihr nicht mitkommen wollt, dann gehe ich halt alleine. Ist das Zeug selber? Hast du jetzt mein Zeug aufgehoben? Ich will deine Leiche nicht, also nee. Haha. Warte mal, von hier oben, Alter. Hier kannst du doch über den ganzen Sumpf schweben, oder? Schweben. Mal Suff. Fallschirm habe ich. Hör. Ah, links, links, links. Da kommt eine Mauer. Nein. Nein. Toll, deine zwei Meter, die du weiterfliegst, weißt du? Lacht nämlich von oben aus. Da kommt so eine fleischfressende Pflanze und frisst dich. Das fehlt hier im Sumpf irgendwie noch, oder? Eine freischfressende Pflanze. Eine freischfressende Pflanze. Eine freischfressende Pflanze. Guck mal, der prompt oder so? Wir können ja mal so durch den Busch rennen. Guck mal, haben wir mal ein bisschen hier ohne Layout und so. Guck mal. Warum sind denn so viele Fackeln hier drin? Dann sehe ich die fünf Dings gar nicht, die Cress. Da weißt du auch nicht, welcher Idiot hier gesagt hat, dass wir so viel Fackeln mitnehmen sollen. Dann pack dir mal in der Nase. Komm. Ich weiß nicht, wie was du meinst. Hallo Matze, grüße, willkommen im Stream. Bist du jetzt eigentlich noch da mit dem ganzen Stuff? Anja, total überladen. Ich stelle mir so vor, wie Anja da steht. Wie wenn du so Holz holst, weißt du? Bloß hat sie so lauter Fackeln gestapelt. Kommt sie so entgegengelaufen. Immer so rechts, links. Wo müssen wir überhaupt hin? Wie heißen die? Kriegst du meine Sachen mit? Kampf im Sumpf. Ja. Hey, wir wollten mit euch gleich zur... Alles mit. Ich wollte mit euch gleich zur nächsten Quest gehen. Ja. Ja. Jojo. Was? Ich bin gleich bei dir. Ob ich du auch. Guck mal, da ist doch mein Strahl. Oh, sein Strahl. Ein riesen Strahl hat er. Ein riesen Grünstrahl, da stimmt was nicht. Hä, guck mal, ich bin doch genau hier vorne, guck mal. Das hat irgendwann falsche Thesen. Jetzt würde ich mir Gedanken machen. Ja, okay. Warum bin ich nackig, Anja? Nein. 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 Ich und du, O-Müller-Fu. Guck mal. Hat er ein Inventar wieder. Ey, ich hab ja Sachen bekommen. Das ist ja verrückt. Deswegen wollte ich den Loot holen. Oho. Ach so, jetzt zieh ich den Grünen an hier. Mach mal hier weg den. Gleich in Verbrennung. So. Euer Freund? Äh. Ich wollte mal die Handschuhe. Sind die denn besser? Was kann denn die Hose so? Bitte. Was kann die Hose so? Hä, wo sehe ich denn hier eigentlich? Nach Haltbarkeit muss ich da gucken, wa? 269. Und die normale? 200. Oh, die ist ja so richtig. Und ne Rifle, alter. Ach so, ein bisschen was in den komischen Links da. Ach, hier ist ja meine Tasche. So, wo sind jetzt die Handschuhe da? Ah. Was ist das? Guck mal, jetzt hab ich ne voll liebehaarte Buchse, alter. Hey, was denn da? Habt ihr jetzt mein Horst mitgenommen? Das fass ich ja jetzt wohl nicht. Horst, die vergewaltigen dich jeden Tag. Ja, der wird jetzt auch gleich sterben. Was? Ja. Guck mal, da hat er gleich geschissen, alter. Angstschiss. So. Also ich würde jetzt... Ich würde... Danke. Die ist vom Designer. So. Ich würde ja jetzt eigentlich gern zur nächsten Quest gleich gehen. Will ich mir erstmal jemand Zeug am lieblich big voll. Guck mal hier, die ist 400. Die 10 Fackeln da unten aus meinem Invent Kackern geht so hoch. Guck mal, wir müssen ein Spino erlegen, Leute. Das werden wir doch schaffen. Ich hab ein paar Sturmgebirge, da braucht jemand eins. Ja. Ein paar gleich? Ja, so drei. Echt, ich hab nur eins. Ich hab aber noch irgendwelche Suppe hier gekriegt. Energy Crank und... Ich hab auch Suppe. Medical Brew und hier sind noch Suppen. Ich hab eine Speed-Suppe. Pack das Zeug auf, den Horst, fertig. Ne Enduro, ein Enduro-Eintopf halt. Für die Leute, die wissen, was ein Enduro ist. Ja klar, ein Go-Kart. Geh, Geh, Geh. Das ist ein Zack irgendwo da hinten. So. Ab zur nächsten Kress, oder was? Kressz. Kressz. Jetzt Frage ist, wie kommen wir jetzt eigentlich hier raus? Guck mal da hinten, oder? Ich nehm Wurst, also was ihr es eh macht. Seid ihr ready to rammel? Immer. Aber ich vermiss den Hobbit. Wer hat den Land schon geklaut? Hobbit! Ja, ha? Wo bist denn du? Äh, ich bin bei der nächsten Quest. Ja. Ich erwarte dich da. Äh, äh. Wenn du nicht da bist. Ja. Leute, wir brauchen ne Bestrafung für Hobbit. Weil er immer bummelt. Oh. Sunny, danke für den Horst. So. Sag, danke und guten Tag. Seid ihr da? Ja, das ist in die Quest, ey. Hier. Hallo, der Horst. Oh Mann. Hallo, Sabi. Aua, lass mich unterholen. Du wichst, wie ich hier. Bist du. Sag mal, kommt hier, oder was? Hast du nicht gekämpft? Das hast du jetzt davon. 145, ey. Wo ist denn jetzt die Horst hin eigentlich zum Beschützen? Ich hab einen Horst. Ja, dann kämpf mal mit. Wir werden hier, wir werden hier eliminiert. Guck mal, jetzt kommt sie, wenn er tot ist, weißt du? Du bist bei mir in der Erde, Alter. Was ist das? Äh? Juhu, Alter, Mann. Ist das der Fährboot? Juhu, junges Freund. So, was denn jetzt hier? Mit alten Mann meint die Dichterpie, oder? Ja, Sunny meint mich. Super. Alten Mann. Was ist denn jetzt hier mit Hobbit eigentlich? Ja, nein, ich bin doch, also, fast da. Guckt euch das an. Er schwebt. Was? Was hast du? Auf dem Wasser. Der kann, glaube ich, über Wasser laufen. Ja, ja. Wahrscheinlich. Er ist Jesus. Er ist Jesus. Oder Moses. Wir müssen halt einmal hier rüber. Hey, Anja, ich sag's dir, wenn der stirbt, der Horst, mach ich den Kopf kürzer. Scheiße, bitte, du klein. Die nächste Quest. Stress. Was? Die nächste Quest heißt. Ähm. Äh, Spy vs. Spino. Wenn ihr grad entflügt... Ah! Da kommt doch was auf mich zugesprungen. Ihr habt euch verloren. Hä, du warst da da grad noch? Ihr habt euch verloren? Was ist das denn? Irgendwie. Hilfe! Ihr habt hier irgendein Blutsauer. Wir kriegen das los. Einfach angreifen die ganze Zeit. Schlagen. Einfach schlagen. Schlag ihn! Ein Blutegel, mein Nick. Ach so. Mit ner Fackel. Wo sie hierher kommen. Machen wir wieder. Mit Feuer wird der weggebrannt. Komm her. Der wird rausgebrannt. Kleine Blutegel. Wo ist er denn, der Typ-Töp? Typ-Töp. Wo bist du? Wo bist du? Boi! Bin auf einer Einsam-Insel. Hä? Wo treibt der... Ach, da hinten. Ich seh dich doch. Guck mal. Wo treibt er denn? Typ-Töp! Hier, siehst du mich? Im Summ schwimmen. Ich bin ein Piranha. Bin ein Hai. Guck mal hier. Links, rechts. Zack, da guckt... Und das ist nicht die Flosse, die oben rausguckt. Kommst du ja jetzt mit hier? Warte mal hier. Halten. Du Blutegel entfernen. Der will nur guscheln. Die Nose, Hantin. Soll ich dir ne Fackel geben? Ich hab 40 Zucker. Ich hab'n dir weggenommen. Danke. Ach, das war gar nicht der Blutegel. Ich schwör dir, die sahen sich ähnlich. Ja. Fehl bloß nur, dass du sagst, der Blutegel war größer. Ich hab' mich für das kleinere entschieden, weil... Für kleinere, wie umgehe ich. Ach, herrlich.